wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu unserem video über die psychologische handanalyse und freuen uns dass ihr dabei seid bevor wir starten möchte ich euch erst andreas und natascha vorstellen natascha wohnt in zürich und andreas und in nürnberg und wir haben zusammen die ausbildung zur psychologischen handanalyse in der schweiz gemacht und da wir diese methode so schön finden und so hilfreich und sie kann menschen auf ihrem lebensweg sehr sehr gut unterstützen möchten wir sie euch hier gerne vorstellen und im rahmen der analysen da werden uns häufig verschiedene fragen gestellt und wir haben jetzt in diesem video die hauptfragen die wir immer wieder hören zusammengestellt und werden die so abwechselnd für euch beantworten und die erste frage wie die natascha für uns beantworten und das ist die frage was ist eine solche psychologische handanalyse ja also eine psychologische handanalyse ist sowas wie eine bedienungsanleitung für das eigene leben wer hätte nicht gerne einmal eine bedienungsanleitung wenn man ein gerät kauft hat es auch immer eine bedienungsanleitung dabei und eben für uns menschen hat es diese möglichkeit in den linien strukturen und in den zeichen der fingerbären eine bedienungsanleitung abzulesen ja was wirkt es denn wenn man die bedienungsanleitung kennt wenn man seine bedienungsanleitung kennt dann hat man die chance seinen individuellen lebensplan kennenzulernen und jeder mensch findet sich in anderen bereichen wieder und hat andere interessen und mancher sucht sein ganzes leben nach dem richtigen was ihn so richtig erfüllt und glücklich macht und die psychologische handanalyse kann einem da hinweise geben in welcher richtung man da suchen kann um seinen seine erfüllung zu finden um tätigkeiten zu haben die einen weiterbringen wo man sich wirklich aufgehoben fühlt und mit denen man dann weitermachen kann also man kann mit der psychologischen handanalyse seine talente besser erkennen und auch ideen entwickeln wie man diese talente dann auch einbringen kann in sein leben das hat dann den vorteil dass man zum aktiven gestalter wird und aus der passiven opferhaltung ein bisschen rauskommen kann da man weiß in welche richtung man gehen und blicken kann man kann aber auch seine schwächen dadurch ein bisschen akzeptieren und langsam verändern in die richtung in dies daneben geht und ein beispiel könnte dabei sein das thema geduld geduld ist an sich eine sehr gute tugend aber in der in der einen richtung ist es dann die ungeduld wenn man zu wenig geduld hat ist man ungeduldig in der anderen richtung wenn man vielleicht zu viel geduld hat wird man gleichgültig und in der psychologischen handanalyse lassen sich genau solche tugenden ein bisschen herauskristallisieren wo man sich dann gedanken machen kann ob man hier im zu viel ist oder eben im zu wenig ist um die mitte zu finden die dann hilfreich ist und einem in seinem leben dann weiterbringt und man versteht seine lebenssituationen ein bisschen besser und die frage die man sich vielleicht oft stellt warum passiert das immer mir kann mit der psychologischen handanalyse in ein ganz neues licht gerückt werden weil man plötzlich vielleicht verstehen kann aha deshalb passiert das alles mir und das buch das da den passenden titel trägt nimm dein leben in die eigene hand beschreibt das system der psychologischen handanalyse und wer nicht direkt in die psychologische handanalyse gehen will sondern sich theoretisch damit beschäftigen will kann sich mit diesem buch beschäftigen es gibt sehr viele hinweise in diesem buch die einem da weiter bringen können aber für uns soll es jetzt weitergehen mit der frage wie ist dieses system psychologische handanalyse eigentlich aufgebaut ja dieses system das besteht aus zwei teilen aus einem veränderlichen teil und einem unveränderlichen teil und diesen veränderlichen teil den nennen wir auch den werkzeug koffer und dieser werkzeug koffer der wird ablesen oder herausgelesen aus der handfläche hier aus diesem bereich und wenn ihr das selber mal in diesen bereich bei euch reinschaut dann werden wir sehen da gibt es verschiedene linien strukturen da gibt es vielleicht mal eine kleine insel oder ein dreieck oder sterne also ganz verschiedene gebilde die sich da zeigen und aus diesen linien und strukturen da kann man zum beispiel die talente die der andreas eben erwähnt hat herauslesen die talente die potenziale die möglichkeiten die ein mensch mitbringt und die ja hier quasi dann leben einsetzen kann und neben diesen talenten kann man auch verschiedene herausforderungen oder blockaden erkennen und das kann sehr nützlich sein wenn man die wie aufdeckt denn wenn man weiß wo man vielleicht schwierigkeiten hat dann kann man vielleicht darauf achten und kann das schon gegen lenken kann wie das problem erkennen und kann lösungsorientiert dann eben vorgehen und handeln das ist vielleicht da wie wenn einem immer wieder dinge widerfahren und man gar nicht so recht weiß warum einem das jetzt gerade wohl passiert ja und je nachdem es ist ja quasi eine bedienung für unser innenleben für unsere psyche und wenn wir da anfangen auch veränderungen vorzunehmen dann kann es auch sein dass sich die ein oder andere linie in der handfläche auch diesbezüglich verändert und der zweite teil den man in dieser hand den wir in der handanalyse sprechen das ist der lebensplan und dieser lebensplan der ist ein ganzes leben lang unveränderlich und den können wir erkennen in diesen abdruck mustern die sich hier finden auf den finger gucken und diese abdruck muster die verändern sich ja auch ein ganzes leben nicht die sind ganz individuell so individuell dass sie sogar in der kriminalistik verwendet werden zum wiedererkennen und das ganz besondere an diesen abdrücken ist dass sie schon ganz früh in der schwangerschaft entstehen und im vierten schwangerschaftsmonat dann sind sie schon quasi vollendet und bleiben dann eben ein ganzes leben lang gleich und was da auch sehr besonders dran ist dass bei ein eigen zwillingen auch diese abdrücke diese finger abdrücke verschieden sind der genetische finger abdruck dass das dna profil das ist ja bei ein eigen zwillingen gleich aber trotzdem ist der finger abdruck in den händen der sich zeigt unterschiedlich und aus diesen abdrücken wird dann quasi der lebensplan kann und dieser lebensplan der beinhaltet drei teile also meistens drei teile ist es eine große lebensschule oder manchmal sind es auch mehrere lebensschulen und dann gibt es so etwas wie ein lebenszweck und meistens auch noch lernaufgaben so zusätzliche lernaufgaben und dieser lebenszweck das ist etwas wenn man das wenn man den lebt und dann hat man darin möglicherweise ganz viel freude und man fühlt sich darin auch dann wie innerlich erfüllt das macht spaß es macht freude den zu erfüllen und was das jetzt konkret bedeutet das wird uns die natascha erzählen also gerne gebe ich euch ein beispiel eines lebensplans also wie gesagt der lebensplan den liest man in den fingergruppen ab und in meinem beispiel hätte es jetzt immer das gleiche muster ein schleifen muster und wenn ein mensch so viele schleifen mitbringt in seinem lebensplan wie gesagt es können schleifen sein es können auch andere zeichen sein aber in diesem beispiel sind jetzt schleifen und wenn ein mensch so viele schleifen mitbringt dann kann man da ablesen dass dieser mensch sich in der schule des fühlens in der schule der liebe befindet und ein schüler eine schülerin in der schule der liebe ist aufgefordert die balance zu finden zwischen dem zu viel empfinden zu viel fühlen zu sehr überflutet sein von emotionen und dem zu wenig im zu wenig kann es sein dass man sich gar nicht mehr öffnen möchte den emotionen entweder weil es verletzungen gibt und man denkt ich möchte lieber mich schützen und ich öffne mich nicht mehr so sehr egal wo man steht es geht immer darum dass man sich emotional authentisch zeigen kann dass man diese balance findet zwischen dem zu viel und zu wenig und das leben wird einem die möglichkeit geben genau an diesen themen zu arbeiten es werden immer wieder solche aufgaben auf einem zukommen wo man genau das lernen kann und dann gebe ich gerne auch ein beispiel des werkzeugkoffers wie katja schon erwähnt hat ist der werkzeugkoffer in der handfläche zu sehen in den fingerlängen in diesen polstern die man auch mitbringt in den ganzen linien strukturen und das beispiel das ich gerne gebe ist ein beispiel einer kopflinie und die kopflinie sagt etwas darüber aus wie ein mensch denkt und diese kopflinie im beispiel hier ist eine analytikerlinie wie ihr seht ist sie ganz lange sie geht fast bis über die ganze hand und wenn jemand das mitbringt ist das ein talent ein talent im denken das ist eine person die kann sehr komplex denken analytisch denken das ist jemand der kann viele informationen sammeln und es ist ein wie gesagt ein talent aber auch bei einem talent kann es ihnen zu viel kippen also es kann auch sein dass jemand dann aus ganz vielen dingen probleme macht oder über dinge viel zu lange nachdenkt und nicht zu entscheidungen kommt also jedes talent ist wieder so ein bei jedem talent geht es auch darum die balance zu finden und was kann denn so eine handanalyse nicht aufzeigen bei all den qualitäten der handanalyse die wir jetzt schon gehört haben was sie nicht kann ist in die zukunft blicken es ist also keine zukunftsvorhersage wir können nicht aus der hand herauslesen dass man morgen seinen traumpartner kennenlernen wird dass man viel kinder haben wird und außerdem der nächste job wird der beste mit dem ganz vielen geld nein das können wir in der psychologischen handanalyse nicht sondern wir können nur themen bereiche analysieren die für die person im leben wichtig sind aber wir können nicht einordnen wo die person steht in diesem thema sondern wir können nur diese themen ansprechen und im gespräch in dieser sitzung dann herausfinden wie die sache weitergehen kann also ob sich der mensch auf seinen weg begeben wird können wir nicht in der hand lesen sondern wir können nur die richtung abstecken in welche in welche richtung der weg zur selbstverwirklichung gehen kann aber es bleibt die freie entscheidung jedes menschen ob er diesen weg tatsächlich geht ob er die hilfestellungen der psychologischen handanalyse oder des lebens annimmt aufnimmt um sich zu verwirklichen um seine talente zu leben oder ob er diese talente ablehnt ob er sich eher da zurücknimmt das lesen wir nicht aus der hand wir haben die hand ist keine für uns keine kristallkugel die eine zukunftsvoraussage bietet was die psychologische handanalyse ebenfalls nicht ist sie ist keine psychotherapie wir setzen also keinen psychiater oder eine tatsächliche therapie sondern wer da wenn wenn die probleme in dieser größenordnung in dieser kategorie sind dann sollte da natürlich professionelle hilfe in anspruch genommen werden wir können die themenbereiche ansprechen die richtungen aufzeigen und diese hilfestellungen auf der ebene bieten was uns jetzt weiter führt ist die frage weshalb hat eigentlich jeder mensch einen individuellen lebensplan ja um diese frage zu beantworten muss ich etwas ausholen und den blickwinkel weiten weil unser leben jetzt ist ja nur eine ganz kleines wegstück auf einer ganz ganz langen reise der seele und es ist schlichtweg nicht möglich alle themen alles zu tun alle tugenden zu entfalten die es gibt in einem einzigen menschen leben deshalb gibt uns eben einen lebensplan hinweise darauf welches sind jetzt die wichtigen themen welches sind die themen die sich die seele für dieses leben vorgenommen hat und das kann wirklich sehr hilfreich sein weil es manchmal einfach vorkommt dass man sich entscheiden muss und dass es vieles gibt was man tun könnte aber wenn man eben diesen anhaltspunkt hat was hier steht im lebensplan dann ist können entscheidungen wirklich einiges einfacher sein weil schlussendlich kann es sein dass wir alle themen in verschiedenen lebensplänen irgendwann mal erfüllen daran arbeiten daran wachsen aber nicht in einer inkarnation nicht in einem einzigen leben und ein lebensplan gibt es gibt uns eben genau die hinweise für das leben jetzt und in diesem leben jetzt haben wir gehört ist man in einer bestimmten schule und was es mit dieser schule auf sich hat was in welches weltbild eines solches ein solches bild und schulen von lebensschulen passt das wird uns andreas jetzt etwas erläutern wie natascha gerade schon gesagt hat ist der blick dann geweitet und man betrachtet nicht nur ein leben sondern erkennt das leben als eine abfolge als kurzen ausschnitt und wenn man dieses leben als schulung annimmt als die möglichkeit sich in diesen themen weiterzuentwickeln kann man sich den ganzen planeten erde als schulungsplanet vorstellen als einen planet wo wir alle die wir hier sind wie an einer schule an einer universität bestimmte fächer belegt haben wir haben uns überlegt in welchen fächern wollen wir noch mehr erfahren wollen wir uns entwickeln wollen wir erfahrungen machen und da haben wir uns wie eingeschrieben und wollen in diesen fächern uns weiterentwickeln und in der psychologischen handanlöse wie es vorher schon angeklungen ist hat jedes dieses dieser fächer dieser schulen wie natascha uns schon eine die schule des fühlens vorgestellt hat und in der psychologischen handanlöse hat eben wie zwei türen durch die man in dieses schulzimmer kommen kann und das ist immer die tür des zu viel und die tür des zu wenig und je nachdem durch welche tür man gekommen ist hat man eben die bestimmten veranlagungen mit diesem thema umzugehen und egal aus welcher tür man gekommen ist die aufgabe der auftrag bleibt immer gleich nämlich die balance zu finden die mitte zu finden die positiven aspekte zu finden die für sich selbst greifbar und nutzbar zu machen und die verschiedenen tugenden in seiner lebensschule zu entwickeln ist etwas was einen zu einem ja zu einem erfüllteren leben zu einem tieferen leben führen kann und wenn man diese idee nicht nur auf sich selbst überträgt sondern eben auch die idee des schulungsplaneten mit einbezieht da kommt man dann auf die idee den anderen geht es genauso die haben auch ihre themen die sie mitgebracht haben ihre ideen ihre erfahrungen die sie machen wollen im leben und und dann betrachtet man die anderen vielleicht mit anderen augen und sich selbst auch und kann das ganze mehr annehmen als möglichkeiten sich diesen themen zu widmen und was dieser perspektivenwechsel tatsächlich konkret für das eigene leben bedeuten kann aus einer psychologischen handanalyse heraus da wird uns katja nun mit ein paar beispielen aus der handanalyse praxis das ganze noch verdeutlichen ja was wir in den analyse sitzungen recht oft beobachten ist wenn wir quasi das vorstellen was der andreas uns gerade erklärt hat dass sich dann sowas wie eine erleichterung einstellt so was wie ein aha erlebnis aha so kann das hier also auch gestrickt sein wir sind also sowas wie hier wie schüler die hier angekommen sind und was lernen möchten was ja bedeutet dass wir auch fehler machen und dass das ich selbst als mensch fehler mache und dann ist ja die konsequenz daraus dass man einfach mit sich selbst ein wenig milder umgeht und vielleicht auch aufhört sich weiterhin selbst vorwürfe zu machen oder wenn man oft in der vergangenheit gehangen hat und dann denkt ach dass das passiert was das passiert ich habe das verursacht ich bin schuld daran und kommt da gar nicht so raus aus dieser denkschleife hängt da immer noch nach und dann kann auch das einfach eine möglichkeit sein mit sich in frieden zu kommen sowas wie schwamm drüber was jetzt in der vergangenheit da war das war das habe ich eben vielleicht nicht so gut gemacht oder vielleicht hat ein anderer oder mehrere andere vielleicht wehgetan auf emotionaler ebene und dass man vielleicht auch damit in frieden kommen kann und dann wie nochmal neu anfängt wie einfach ein kind was versucht das laufen zu lernen und dann fällt es hin und dann steht es wieder auf und weiter geht es das macht sich dann auch nicht gedanken darüber wie oft es jetzt schon hingefallen ist sondern geht einfach sein weg weiter und wenn man zu einem solchen mindset kommen kann dass man wie dieses leben hier als chance sehen kann dass einem probleme vor die füße gelegt werden die man lösen kann probleme heißt der latein ist auf deutsch das vorgelegte und dass man daran wachsen kann eine lösung finden kann und alles als chance sieht und auch einverstanden ist mit dem was einem passiert dann wird das leben viel viel leichter ja genau und jetzt wollen wir uns noch anschauen wie eine solche handanalyse sitzung denn abläuft wenn ihr zu uns kommt oder wenn ihr das online machen möchte und das wird uns die natascha sagen ja eben es gibt die beiden möglichkeiten online oder vor ort wenn es vor ort ist dann werden die hände mit einer wasserlöslichen tinte bemalt und es wird ein abdruck gemacht dieser wird dann analysiert und dann besprochen wenn man es online machen möchte gibt es entweder die möglichkeit dass man per post oder als scan per e mail oder es gibt auch die möglichkeit fotos einzusenden der hand die müssen einfach gut fokussiert sein damit man wirklich alle linien sieht aber das ist auch kein problem das geht auch ganz ganz gut ja genau und eine handanalyse sitzung ist normalerweise eine einmalige sitzung das ist sowie ein ja eine übersetzung des lebensplans und des werkzeugkoffers es gibt aber manchmal menschen die haben so viele themen und es ist so komplex dass sie mehrere male kommen möchten und das gibt dann diese möglichkeit gibt es dann auch das ist je nach bedürfnis ganz verschieden normalerweise ist eine einmalige sitzung ja danke natascha für die ausführung und wenn ihr jetzt noch irgendwelche fragen habt dann schreibt uns doch gerne eine e mail oder kommentiert hier unter dem video wir stellen hier in die textbeschreibung unter dem video unsere kontaktadressen rein und wenn ihr eine analyse möchtet könnt ihr auch gerne mit uns kontakt aufnehmen wie gesagt das ist direkt vor ort möglich oder auch online und wir freuen uns sehr dass ihr unser video angeschaut habt und wünschen euch noch eine schöne zeit je ja 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 hier ja 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 ja